Heute ist doch tatsächlich der Tag der Minzschokolade. Ihr habt richtig gehört, es gibt tatsächlich einen solchen Tag. Und da ich definitiv zur Fraktion Minzschokolade gehöre und je cremiger die Minzfüllung ist, umso besser, dachte ich mir, ich mache heute mal ein neues Format für diesen Kanal. Und zwar ein Lebensmitteltestformat. Und natürlich soll es an einem Tag wie heute um Minzschokolade gehen. Und da ihr mich kennt, natürlich um vegane Minzschokolade. Ja, ich habe für euch insgesamt sieben Produkte gefunden, in denen ich den Biomarkt meines Vertrauens und auch diverse vegane Onlineshops unsicher gemacht habe. Und habe aber auch gemerkt, dass es einfach so eine Vielfalt an veganen Minzschokoladenprodukten gibt, dass wir, glaube ich, da einen Zweiteiler draus machen. Also heute ist es sozusagen der Bio-Teil, weil sechs von sieben Produkten nämlich in Bio-Qualität sind. Und dann werden wir mal nochmal so einen Teil machen, wo ich einfach in die normalen Supermärkte, sage ich mal, gehe und gucke, was ich da noch alles an verrückten Produkten finde, die ich euch dann nochmal vorstellen möchte. Und ich denke, wir steigen direkt ein mit dem ersten Produkt. Und zwar ist das eins, das ich selber noch überhaupt nicht kenne. Ich kenne auch die Marke nicht, die heißt Plamil und die Minzschokolade, die es von denen gibt, heißt So Free. Und das Besondere ist jetzt, dass wir hier zwei von diesen Schokoladen haben. Also einmal ohne Zucker und einmal mit Zucker. Und ja, ich glaube, das Beste wird jetzt sein, ich probiere erstmal die ohne Zucker. Und die kosten beide jeweils 2,89 Euro. Und es ist gar nichts Besonderes drin. Kakaomasse, Rohrohrzucker, Kakaobutter, natürliches Aroma. Und in dem anderen ganz genau das Gleiche, nur dass man da statt dem Rohrohrzucker Xylit mit drinnen hat. Und außerdem noch Emulgator Sonnenblumenlecithin und Aroma Minzöl. Wir fangen jetzt erstmal mit der Version ohne Zucker an. Also das sieht so aus, das Ganze. Okay, also wie man sehen kann, hat die jetzt keine irgendwie geartete Füllung, sondern sie sieht aus wie ganz normale Schokolade, hat hier so ein schönes Wellenmuster drauf. Und ja, dann bin ich sehr gespannt, wie das denn schmeckt, das Ganze. Erstmal hat man so das Gefühl, dass es fast relativ neutral ist. Aber wenn man länger drauf rumbeißt, dann kommt immer intensiver dieser Minzöl-Geschmack durch. Und dann wird es auch total cremig auf der Zunge. Also im ersten Moment dachte ich so, äh, so kennt ihr das manchmal, wenn... Es gibt manche Schokoladen, wenn man da drauf rumbeißt, dann sind die irgendwie fast so ein bisschen trocken. So krümelig und das geht dann aber total verloren. Und es ist nicht besonders süß, aber wenn ihr so die Zartbitterschokoladen-Fans seid, dann könnte euch das sehr gut schmecken. Weil für meinen Geschmack, ich bin jetzt auch nicht so der krasse Zartbitterschokoladen-Fan. Denn, also wahrscheinlich liegt es auch einfach daran, sie ist recht herb und hat eben nur diesen Hauch Minze. Aber wenn ihr das mögt, also einfach nur so eine gute Zartbitterschokolade mit so einem Hauch Minze, dann ist das genau das Richtige für euch. Ich würde dem Ganzen jetzt mal so, ja, also einfach für meinen Geschmack so drei von fünf möglichen Minzschokoladen-Punkten geben. Und dann einmal die Geschmacksnerven wieder neutralisieren. Und dann kommen wir zum nächsten Produkt, auch aus dem Hause Plamil eben. Und zwar haben wir jetzt hier die Intense Mint Organic Dark Chocolate Thin Minzschokolade. Aber eben diesmal mit Zucker und ich bin jetzt gespannt, ob mein Eindruck der ersten Schokolade jetzt bei der ein bisschen anders ist, weil mir eben auch ein bisschen diese, ja, diese süße Minze einfach gefehlt hat. Und dann probieren wir mal. Und da kommen komischerweise viel schneller diese Cremigkeit. Und sie schmeckt, ja, schmeckt viel süßer. Und einfach nicht so zartbittrig wie die andere Version. Aber jetzt kommt auch so ein leichter, zartbitter Geschmack hinterher. Und auch wieder dieser, also eher so ein Hauch Minze-Geschmack. Also ganz, ganz harmonisch eigentlich. Also da ist es voll gut ausgewogen, so mit der Süße und der bisschen Bitterkeit. Und dann eben noch dieser Minze mit rein. Also schmeckt mir sehr gut. Besser auf jeden Fall als die andere. Ich würde jetzt mal sagen, weil mir trotzdem dieser cremige Minz-Geschmack fehlt, gebe ich eine 4 von 5 möglichen Minz-Schokoladenpunkten, damit ich da noch ein bisschen Spielraum habe, falls irgendwas kommt, was mir noch besser schmeckt. Unser nächstes Produkt kommt in einer ziemlich kleinen Verpackung daher. Und zwar ist das eine Marke, die ich zwar schon kenne, aber ich kenne diese Mint-Version noch nicht. Und da ich ein totales Verpackungsopfer bin und einfach diese Illustration auf der Packung so mega süß finde, finde ich es einfach total toll. Und wenn wir uns die Inhaltsstoffe anschauen, finden wir da drin Zucker, dann Kakaobutter, Kakaomasse, Reismehl, Inulin, Emulsion, also Sonnenblumenlecithin und Natural Peppermint Flavoring. Also ja, genau, also ziemlich ähnlich wie die andere Schokolade, nur dass wir hier eben dieses Reispulver mit drinnen haben, was wahrscheinlich dafür sorgt, dass es eher so Milchschokoladenmäßiger ist. Also machen wir das Ganze auf. Wenn man sich das mal im Ganzen anschaut, hat man hier so eine Art Riegel, der in so 4 Elemente geteilt ist. Und ich nehme mir jetzt mal eins davon. Ah ja, also auch hier haben wir keine Minzfüllung. Ja, auch erstmal total mild und dann einfach ultra süß. Also krass süß. Boah. Also ich bin jemand, der nicht sehr gern sehr stark süß isst. Also das muss man vielleicht dazu sagen, ich esse sehr wenig gezuckerte Sachen. Aber Schokolade liebe ich schon. Aber das ist, ne, ist mir einfach zu krass. Also die Konsistenz ist gut. Ja, auch wieder dieses bisschen cremige. Nicht so stark wie bei den anderen, aber so ein bisschen. Aber dann kommt einfach erst nach diesem milden Anfang, kommt einfach dieser krass süße Geschmack. Und dann hinten raus noch so ein ganz bisschen Minze. Also auch die Minze ist hier noch viel dezenter wie bei den anderen beiden. Und wie gesagt, also mir persönlich einfach viel zu süß. Wenn ihr gerne süß esst, dann könnt ihr es ja mal ausprobieren. Aber ich würde hier 1,5 von 5 möglichen Schokominzepunkten geben. Dann kommen wir zu einem Produkt, auf das ich persönlich mega gespannt bin. Weil das habe ich noch zufällig beim Biomarkt im Regal gefunden. Und zwar ist das eine Raw Bar von Quinbyte. Ich weiß nicht, ob ihr die Marke kennt. Und wir haben es hier mit der Schokomintbar zu tun. Steht hier nochmal Rohrriegel, Schokominze, Zutaten. Da haben wir jetzt natürlich das gute Zeug drin. Also ich glaube, das ist eine echt gesunde Variante des Minzriegels. Und zwar haben wir da drin Datteln, Cashewkerne, Schokoladenstückchen aus Kakaomasse, Kokoszucker und Kakaobutter. 10% Kakaopulver, Kokosnussmilchpulver. Und dann auch noch Vanille und Pfefferminzöl. Okay, klingt auf jeden Fall gut. Und übrigens preislich sind wir da bei 1,20 Euro für diesen Riegel. Sieht optisch natürlich auch komplett anders aus als alles andere, was wir bis jetzt hatten. Klar, die Konsistenz lässt sich natürlich nicht vergleichen, weil es ist kein Schokoriegel. Es ist ja quasi in diesem Dattelgemisch sind diese Schokostückchen drin und eben das Minzöl. Also schmeckt total lecker. Wie halt so ein richtig guter, ja so Dattelgesunder zwischendurch Snackriegel schmecken sollte. Aber ehrlich, nicht nach Minzschokolade. Ich probiere nochmal fairerweise. Ne, ja, wirklich so. Also wenn man es nicht wüsste, würde man es wahrscheinlich nicht schmecken. Aber es schmeckt gut. Also alles in einem ist auch nicht so süß, weil es halt einfach diese natürliche Dattelsüße ist. Ich weiß nicht, wenn ich ihn jetzt so vom Geschmack her beurteilen würde, würde ich ihm wahrscheinlich so eine 3,5 von 5 möglichen Punkten geben. Aber da ich ihn ja als Minzschokovariante beurteilen muss, gebe ich ihm eine 2,5 von 5 möglichen Minzschokoladenpunkten. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, das ich schon kenne und das ich sehr liebe. Das heißt, es ist konkurrenzmäßig jetzt natürlich ein bisschen unfair. Aber gut, ich habe es von Anfang an geliebt und ich weiß noch, als ich es das erste Mal probiert habe, dass es mir da schon wahnsinnig gut geschmeckt hat. Und zwar ist es die Pfefferminzschokolade von Rapunzel. Und es ist unschwer zu erkennen, warum ich diese Minzschokolade so liebe. Denn die Unterüberschrift sozusagen der Produktbezeichnung lautet Zartbitterschokolade mit cremiger Minzfüllung. Und das ist genau das, was ich einfach liebe. Cremige Minzfüllung. Gut, also was versteckt sich hinter der von mir so geliebten Schokolade? Also wir haben hier einfach nur Zartbitterschokolade drin. Die besteht aus Kakaomasse, Rohrzucker, Kakaobutter, Emulgator, Soja, Lecithin und Vanille. Und dann haben wir die Pfefferminzfüllung. Und die besteht aus Fondant, Rohrzucker, Glukosesirup, Wasser. Dann haben wir noch Invertsirup drin und eben unser Pfefferminzöl. Ja, genau. Mehr ist es nicht. Dann machen wir das Ganze mal aus. Was ich hier nicht so cool finde, ist, wir haben hier drinnen, also in dieser Papierverpackung, haben wir nochmal so eine Aluminiumfolienverpackung. Ja, Aluminiumfolie ist jetzt meines Erachtens nicht das beste Material, was man zum Einpacken von Lebensmitteln verwenden sollte. Einfach weil es, ja, klimamäßig sehr problematisch ist. Aber gut, ist halt jetzt mal so. Dann gucken wir mal da rein. Also wir haben jetzt in dem Fall diese Wabenform sozusagen. Und da sieht man schon, wie diese einzelnen Waben so schön bauchig sind, weil da drin die leckere Minzfüllung nämlich steckt. Ja, und dann werde ich das Ganze jetzt mal probieren. Und ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Das ist so lecker. Ich könnte eine ganze Tafel auf einmal davon essen. Also wenn man mit den Zähnen da reingeht, dann knackt es auf einmal so durch, weil die Schokoschicht inzwischen, der die Minzschokoladenfüllung liegt, so ein bisschen dünn ist. Und dann kracht man da so rein mit den Zähnen. Und dann kommt auch schon diese, einfach dieses leckere Fondant da in der Mitte mit dem Minzschokoladengeschmack. Ich habe vorher gesagt, ich bin nicht so der große Zartbitterschokoladen-Fan. Wir haben hier auch nur Zartbitterschokolade. Aber dadurch, dass dann diese Füllung so cremig und süß ist, also sie ist auch recht süß, aber durch diese starke Bitterkeit der Schokolade, die gleicht das wieder total gut aus. Und dann kommt halt zu richtig frischer Minzgeschmack. Minzgeschmack. Also richtig, richtig lecker. Wer richtig auf den Minzgeschmack steht, der wird diese Schokolade lieben, weil sie schmeckt halt echt richtig stark minzig. Fast schon scharf, aber perfekt schärfe, süße Bitterkeit. Wow. Einfach großartig. Kriegt natürlich von mir 5 von 5 Minzschokoladenpunkten. Preislich liegen wir bei der Tafel übrigens bei 2,76 Euro. Und bevor wir jetzt zu unserem letzten Bioprodukt kommen, das ein bisschen ein Special-Produkt ist, steigen wir jetzt erstmal kurz zu diesem Nicht-Bioprodukt um, weil das eben auch etwas ist, das mit dieser Minzschokoladenfüllung arbeitet und mich jetzt einfach voll interessiert, wie das gerade im direkten Vergleich zu meinem Rapunzel-Liebling sich verhält. Und zwar sind es die Pfefferminztaler von Jahr. Die hat mir meine Schwester mitgebracht, weil ich habe jeden darauf angesetzt, wenn er irgendwo im Supermarkt irgendwelche Pfefferminzschokoladenprodukte findet, soll er sie mir doch bitte mitbringen. Da ich mich vorher über die Aluminiumfolie bei der Rapunzel-Schokolade beschwert habe, muss man hier natürlich auch dazu sagen, das ist jetzt sehr viel Verpackung in dem Fall. Also wir haben hier so eine Plastikfolie erst schon mal außenrum. Und wenn wir es dann aufmachen, dann haben wir halt innen drin nochmal so eine Plastikverpackung, wo dann diese einzelnen Taler quasi drin liegen. Dann nehmen wir uns mal einen heraus. Ist natürlich auch nicht schlecht, da hat man immer gleich so mundgerechte Stücke, sage ich mal. Dann kann man sich das zum Kaffee dazulegen oder so. Oh, ich habe noch gar nicht gesagt, was alles drinnen ist. Toll, das hätte ich vielleicht vorm Aufreißen machen sollen. Aber wir gucken nochmal schnell. Also wir haben hier Zucker, Glucosesirup, Kakaomasse, Kakaobutter, Pfefferminzöl, Emulgator, Lecithin, Vanilleextrakt. Also auch nicht viel anderes als bei den anderen, aber halt nicht bio. Und ja, dann lasst uns mal probieren. Es sieht mich schon wieder mein Gesicht ein bisschen vollziehen. Ich glaube, wenn man nur das essen würde, dann, aber ich glaube, extrem süß, krass süß. Also im Prinzip schmeckt es wie Schokolade, die mit Zuckermasse gefüllt ist. Die Masse ist auch nicht so cremig wie bei der Rapunzel-Schokolade, sondern sie ist eher so keine Ahnung, kennt ihr vielleicht so mit Kokos gefüllte Riegel. Da hat man ein bisschen mehr Widerstand, wenn man reinbeißt, ist es eben nicht so cremig, aber dadurch, dass da ja Kokosflocken drinnen sind. Und hier ist es einfach eher so, ja, eher wie so geeist fast schon, fühlt es sich von der Konsistenz an. Und wenn man dann drauf rumbeißt, dann wird das Innere irgendwie ein bisschen weicher und schmeckt dann aber für mich halt einfach primär nur nach Zucker. Ich kann auch nur ganz wenig Pfefferminz-Geschmack rausschmecken. Es ist ein süßer, gar nicht mal so zart, bitterig, schokoladige Süßigkeit. Für mich schmeckt es nicht nach Pfefferminz-Schokolade. Also, nee, ich weiß auch nicht. Also, nicht so mein Fall. Ja, äh, was geben wir dem Ganzen? Dalia träumt. Ähm, ja, ich würde mal sagen, mei, also, ich kann echt nur eine 1 von 5 geben, weil es ist dann auch, ich muss ja fairerweise auch dazu sagen, im Vergleich zu den anderen, es ist halt nicht Bio, es hat noch mehr Verpackung, wir haben halt keine, keinerlei hochwertige Zutaten mit drinnen. Also, ja, klar, preislich ist es natürlich, schlägt es die andere, natürlich kostet die ganze Packung 1,19 Euro, aber trotzdem, also ich kann jetzt fairerweise einen, also ich würde 0,5 von 5 möglichen Minz-Schokoladenpunkten geben. Und dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Produkt und zwar ist das jetzt auch keine Pfefferminz-Schokolade in dem Sinne, aber es ist was, was ihr sicher kennt und ich habe mich so gefreut, als ich im Biomarkt im Regal dieses Produkt habe stehen sehen. Und zwar ist dieses Produkt von Denry und es handelt sich dabei um Pfefferminz-Schokolinsen. Wir schauen jetzt mal wieder drauf, was da denn drin ist. Zartbitter-Schokolade, Kakaomasse, Rohrzucker, Kakaobutter, Rohrzucker-Reisstärke, Verdickungsmittel, Gummi-Arabicum, dann Pfefferminzöl und färbendes Lebensmittel, wahrscheinlich für die rötlichen hier, haben sie natürlich keine Läuse genommen, so wie man das sonst kennt, weil es ja ein veganes Produkt ist, sondern einfach rote Beete-Saftkonzentrat. Und Überzugsmittel ist natürlich auch nicht Bienenwachs, sondern Kanaubawachs, was übrigens auch genauso gut funktioniert. Ich frage mich heute noch bei vielen Gummibärchen. Warum können sie nicht einfach Kanaubawachs nehmen und nehmen Bienenwachs, sodass dann die eigentlich vegetarischen Gummibärchen ohne Gelatine halt dann nicht vegan sind? Warum? Es wäre doch im Prinzip kein Problem und man könnte damit noch mehr KundInnen ansprechen, aber anscheinend ist das äußerst schwierig. Und ganz gendermäßig entscheide ich mich natürlich für eine rosane Schokolinse. Okay. Aber im ersten Moment habe ich ein kurzes Gefühl, wenn man irgendwie Kronen auf den Zähnen hat, wird gefährlich. Weil sie halt doch sehr hart sind, bis man dann so durch diese äußere Schicht knackt. Schmeckt lecker, auch wieder süß. Schmeckt wie so eine richtige Kindersüßigkeit, so klischee-mäßig süß, ein bisschen Schokoladig. Von der Minze schmecke ich leider mal wieder kaum irgendwas. Also wieder ein Hauch davon. Schade. Ich hätte mir von diesem Test heute mehr Minze erwartet. Wenn es hier nicht um Minze gehen würde, würde ich dem ganzen Mai, es ist irgendwie nichts Besonderes, keine Ahnung, ob ich da jetzt so Bock drauf hätte, das abends vom Fernseher zu snacken, irgendwie nicht. Also würde ich ihm wahrscheinlich wieder eine 2,5 von 5 geben. Aber das halt echt für mich nicht nach Minze schmeckt. Oder es kommt so ein bisschen was durch, aber das, was durchkommt, es schmeckt eher so nach nach so Zahnpasta-Minze. Und nicht so nach frischer, grüner, sonnengekeimten Minze, sondern es schmeckt halt einfach nach Zahnpasta ein bisschen. Aber auch das ist so minimal, dass man es einfach nicht als Minzprodukt eigentlich gar nicht bewerten kann. Also ein möglicher Minzschokoladenpunkt. Weil es ist immerhin Bio. Kostenpunkt liegt übrigens bei 2,50 Euro. Ja, also das auch noch. Also nee, nee, dann geben wir 0,5 von 5 möglichen. Weil das ist jetzt auch nicht gerade so günstig. Und dafür reißt mich jetzt nicht so von meinem Minzschokoladen-Tuch drohen, dass jetzt das irgendwie gerechtfertigt wäre. Somit gibt es am Ende dieses Videos weniger Gewinnerinnen, als ich mir das erhofft hätte. Ganz klar oben auf dem Treppchen steht die Rapunzel-Schokolade, aber weil es halt auch die einzige ist, die eben diese Minzschokoladen-Creme-Füllung hat. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Und vor allen Dingen das Format, falls ihr noch irgendeinen Tipp im Minzschokoladen-Bereich, im veganen Minzschokoladen-Bereich habt, dann schreibt es mir noch gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen restlichen Welt-Minzschokoladen-Tag. Lasst mir noch gerne einen Daumen nach oben da und vor allen Dingen ein Abo. Würde mir sehr weiterhelfen und mich natürlich auch sehr freuen. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und drück euch ganz fest. Bis bald! 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 Untertitelung des ZDF, 2020